Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ab heute, dem 26. Mai, 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, ist es endlich soweit. Es wird ab heute eine kostenlose Strecke für Transim World 3 geben, sowie kostenlosen Content für den Transimulator Classic. Hintergrund ist hier, dass die Firma Duftail Games mit dem französischen Unternehmen Focus einen neuen Publisher hat. Dies ist schon seit einigen Wochen so. Nachdem dies öffentlich bekannt wurde, kündigte Entwickler DTG an, zu Ehren des neuen Publishers und um das Land des Publishers kennenzulernen, nun einige französische Inhalte für Transim World 3 sowie Transimulator Classic für eine gewisse Zeit kostenlos anzubieten. Für Transim World 3 wird es die zurzeit auch einzige französische Strecke nun eine Woche lang kostenlos zum Download geben. Dies gilt für alle Plattformen, also den PC und dort im Epic Store sowie auf Steam, sowie für die Playstation 4, die Playstation 5, dort im Playstation Store sowie für die Xbox One und Xbox Series XS. Ihr müsst nichts weiter tun, außer wenn ihr zum Beispiel Transim World 3 auf dem PC spielt, lediglich diese Strecke heraussuchen und in die Bibliothek hinzufügen. Gleiches gilt auch für die Konsolen. Also diese Strecke wird es auf allen Plattformen kostenlos geben. Es handelt sich um die französische Strecke LGV-Méditerranée. Diese Strecke hat eine Länge von rund 100 Kilometern. Es handelt sich um eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Dazu gibt es auch den passenden Zug LGV-Duplex. Genau gesagt, TGV-Duplex. Diese Strecke ist ein Teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke Marseille-Paris. Wie gesagt, die Strecke ist 100 Kilometer lang und verbindet die Orte Marseille mit Aix-en-Provence und Avignon. Es können hier Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern erreicht werden. Dies sind auch aktuell die planmäßig höchsten Geschwindigkeiten in Transim World 3. Nur damit ihr es richtig versteht, es handelt sich hier um ein vollwertiges Strecke-Add-On mit einem passenden Zug. Die Strecke wurde ursprünglich für den Vorgänger TSW 2 entwickelt und kann auch in TSW 3 gespielt werden. Der normale Preis für diese Strecke beträgt 29,99 Euro. Wie gesagt, sie ist aktuell für eine Woche lang umsonst zu bekommen. Hier warten jetzt viele Stunden Spielspaß und das auch noch zum Nulltarif auf die Fans von Transim World 3. Es ist einfach atemberaubend, mit dem TSW Duplex nun zwischen beiden Städten mit bis zu 320 kmh unterwegs zu sein. Es ist wie gesagt ein vollwertiges Add-On. Es bietet eben auch ein Training für den Zug sowie fünf Szenarien und einen Fahrplanmodus, welcher 62 Fahrten beinhaltet. Dazu zählen aber nicht nur reguläre Passagierfahrten, sondern eben auch Bereitstellungs- oder Abstellungsfahrten in Marseille. Und auch die Fans des Train Simulator Classic gehen hier nicht leer aus. Auch für den Train Simulator Classic, dieses Spiel kann nur auf dem PC gespielt werden, wird es ebenfalls französischen Content kostenlos geben. Dazu zählt die Strecke Elche-Way-Méditerranée von Marseille nach Avignon sowie deren Extension, also deren Streckenerweiterung von Avignon bis in die französische Großstadt Lyon. So können hier insgesamt rund 300 km Schnellfahrstrecke abgefahren werden. Dazu gibt es außerdem noch ein weiteres TSW-Add-On. Und auch hier könnt ihr den TSW Duplex fahren auf dieser Strecke. Auch diese Strecke bietet zahlreiche Abwechslung. Es gibt abwechslungsreiche Szenarien und es sind rund 300 km, wenn ihr euch beide kostenlose Produkte holt. Ihr müsst sie in Steam lediglich in eurer Bibliothek hinzufügen. Auch hier, wie gesagt, es sind die 100 km von Marseille bis Avignon und dann, kommend durch die Erweiterung, wird die Strecke verlängert, sodass es insgesamt 300 km sind, die ihr hier mit bis zu 320 km abfahren könnt. Ja, und dazu außerdem noch ein weiteres TSW-Add-On, was ebenfalls kostenlos erhältlich ist. Also es sind insgesamt drei Produkte, die kostenlos erhältlich sind für den Schwänsimulator Classic, die aber alle mit dieser Strecke zu tun haben. Und ja, das kann sich doch, finde ich, sehen lassen. Jetzt sehen wir noch einige Screenshots, gerade aus der Erweiterung nach Lyon. Ich selber bin sie noch nicht abgefahren, ich bin nur die kurze Version der Strecke abgefahren, denn die Erweiterung bin ich noch nicht abgefahren. So, ja, und das war es auch schon für heute. Wie gesagt, ab heute, 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, sind diese beiden Strecken, also für Train Simulator 3, die Strecke LGW-Mediterranée, auf allen Plattformen kostenlos erhältlich, sowie für den Train Simulator Classic die Strecke Marseille-Affignon und deren Erweiterung nach Lyon, sowie ein weiteres TSW-Add-On. Ja, da bleibt mir nur nicht viel dazu zu sagen. Ich hoffe, ihr freut euch auf diesen kostenlosen Content, vor allem auf die kostenlose Train Simulator 3 Strecke. Und lasst doch mal ein Feedback da. Habt ihr die Strecke schon heruntergeladen, hat alles mit dem Download geklappt und macht euch die Strecke LGW-Mediterranée in Train Simulator 3 oder im Train Simulator Spaß? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise. Ich danke euch.